Hallo, viele kennen Icarus Bubikragen, die man hier auf dem Bild sehen kann, schon aus meinem Profilbild und anderen Videos und heute zeige ich, wie ihr diesen selbst nähen könnt. Ihr wollt diesen für euren eigenen Pullover oder euer T-Shirt nähen? Dann klickt mal auf das Bild rechts, um zu meinem anderen Kanal zu gelangen. Ihr benötigt dazu natürlich zum ersten den Stoff. Das ist bei mir grüner Baumwollstoff mit rosanen Herzen, des weiteren das Schnittmuster. Das ich euch in der Infobox verlinkt habe und ihr einfach ausschneiden müsst. Dazu ein Klettband sowie ein Maßband. Des weiteren noch eine Nähmaschine, ein Bügeleisen und Nadel und Faden. Als erstes messen wir den Halsumfang des Hundes, indem wir das Maßband ganz locker um den Hals legen. Damit wisst ihr dann, welche Schnittmuster, das ich euch zur Verfügung gestellt habe, das richtige für euch ist. Bei Icarus sind das 53 cm. Das Schnittmuster schneidet ihr entsprechend der Hinweise in dem PDF zurecht und ihr übertragt es dann zweimal auf die linke Stoffseite eures Stoffes, also die Rückseite. Dann dreht ihr das Schnittmuster um, wie hier zu sehen, und zeichnet nochmal die gegenüberliegende Seite zweimal auf euren Stoff auf. Die aufgezeichneten Schnittmuster schneidet ihr nur mit einem Abstand von einem Zentimeter zu der eingezeichneten Linie aus. Dann nehmt ihr euch zwei gegenüberliegende Seiten und legt diese rechts auf rechts. Das heißt, die schönen Stoffseiten müssen wieder aufeinander liegen. Und nun steckt ihr die zwei Stoffe einfach zusammen. Schaut dabei, dass die Linien aufeinandertreffen. Anschließend näht ihr rundherum an der Linie entlang. Ihr lasst aber an der inneren Rundung eine Öffnung von ungefähr 5-6 cm. Die habe ich euch hier gerade eingezeichnet. Und dann beginnt ihr zu nähen an der ersten Markierung der Öffnung. Und rundherum näht ihr dann bis zur zweiten Markierung, also dem Abstand von 5-6 cm. Anschließend schneidet ihr neben der Naht den überstehenden Stoff ab. Durch die Öffnung könnt ihr nun den Stoff auf rechts wenden und dabei gut die Ecken und Rundungen herausdrücken. Das gleiche wiederholt ihr dann für die anderen zwei gegenüberliegenden Seiten. Also wieder zusammenstecken, entlang der Linie zusammennähen und eine Öffnung an der inneren Rundung von ungefähr 5-6 cm lassen. Die überstehenden Kanten abschneiden und auf rechts wenden. Nun müsst ihr die zwei Teile glatt bügeln. Dabei darauf achten, dass die Kanten gut rausgedrückt sind und die Nähte aufeinander liegen. Die Öffnung muss nun geschlossen werden. Dafür nehmt ihr euch Nadel und Faden und näht damit die umgeklappten Seiten nach innen zusammen. Das gleiche wiederholt ihr dann auch für die andere Bubikragenseite und der Öffnung. Nun müsst ihr die Spitzen der Bubikragen zusammennähen. Einfach mit einigen Stichen durchziehen und verknoten. Als letzten Schritt müsst ihr euer Klettband anbringen und zwar ein Teil an der Vorderseite wie hier zu sehen ist und das andere Teil müsst ihr auf der Rückseite des anderen Bubikragenteils befestigen. Wenn ihr kein Klebeklettband, so wie ich das benutzt habe, zur Hand habt, dann müsst ihr das Klettband natürlich nochmal festnehmen. Also ringsherum auf den Stoff nähen und das für beide Seiten wiederholen. Und damit ist euer Bubikragen auch schon fertig. Ihr könnt das Klettband dann einfach im hinteren Teil verschließen und dem Hund anziehen. Wie ihr ein einfaches Hundebett nähen könnt, das erfahrt ihr nach einem Klick auf das Bild unten rechts. Und habt ihr Lust auf lustige Hundegeschichten? Dann klickt mal oben links. Und natürlich nicht vergessen zu abonnieren, um kein Video von uns zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!